Die Presse war nur gelesen, soweit ich das mitkriegt, es dürfte ein toller Fall werden, es dürfte ein toller Abend sein, der Presseball hat eine lange Geschichte. Was ist denn heute am meisten? Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe auf ein gutes Essen. Da ich noch nie bei diesem Presseball war, bin ich das erste Mal da. Je nachdem, wie es wird, entscheide ich mich dann, ob ich ein zweites Mal komme oder nicht. Ich finde, man muss alles mal ausprobiert haben. Legendäre Tradition, und zwar der Berliner Presseball. Ich möchte hier den Veranstaltern, zuerst einmal Melanie, Simon und Mario Kost, meinen allerherzigen Glückwunsch sagen. Diese Atmosphäre ist fantastisch. Ihnen meinen allerherzigen Dank. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020